Guten Morgen. Ja. Das ist Lenski, Wolfski. Und ich sitze in der Hotellobby mit Kate Ski. Und ich habe gerade aus dem Bett, weil ich sehr tired bin. Ich gehe zum Show-Ski. Und ich bin bereit, um Soundcheck-Ski zu machen. Und nach Soundcheck-Ski zu machen, werde ich einen großen Noise-Ski machen. Ja. Das war unser letzte Tag. Der letzte Show-Ski während der Skorpions-Ellis-Cooper-Rasmus-Trippe. Es war eine schöne Erfahrung. Aber ich freue mich sehr, dass ich alleine wieder zurückkomme. Weil... So, bis dahin. Ihr seid keine Probleme. Und ich werde jetzt ein T-Ski machen. Und das ist mein neues Panski. Sehr modern. Okay? So... Meine neue Shoe-Ski. Das ist mein neues Pajama-Look. Okay? Gut. So... Rock'n'Roll. Und... Ich spreche mit euch nächste Mal, wenn ich mehr awake bin. Halleluja!